Unter vielen Treppen befindet sich toter, ungenutzter Raum. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, diesen Raum gerade in kleinen Wohnungen und Häusern sinnvoll als Stauraum zu nutzen. Hier sehen wir durchgängig grifflose Lösungen, die das dezente Design unterstützen. Der Falteüberschlag Wingline L eröffnet den vollständigen Zugriff auf das breite Staufach durch einfaches Drücken der Tür. Dabei steht die geöffnete Tür nur so weit in den Raum, dass man noch bequem darum herumgehen kann. Der Big Orgel Tower öffnet durch Isis leicht und grifflos mit elektromechanischer Unterstützung. Hier eine Tür mit Senses scharnieren und Push-to-Open. Dank Synchronisierung wird die gesamte Blende dieser zwei Schubkästen zur Touch-Oberfläche. Für Raumgewinner die Treppe als Stauraumwunder. Baupläne, CAD-Zeichnungen und Stücklisten zu dieser Möbelidee finden Sie in der Hattig Design Gallery.